aber ich glaube dass die kohle adern so groß sind mit glaube ich finde ich ja auch super so ich gucke jetzt mal ob mein sprung in die tiefe funktioniert mit wasser in der tat jawohl da spart uns doch schon mal einiges an zeit drei fehler und jetzt kann ich von oben einfach zu meiner mine direkt runter springen problem ist das hochklettern ist halt immer das oh ja das ist tatsächlich sehr sehr nervig okay ich glaube ich gebe den gang jetzt mal auf hier also wie weit ich laufen muss möchte ich kann nicht wissen ich möchte dabei wissen aber wenn ich renne dann boah alter ich höre schon wieder die zombies hier flattern oh da haben wir doch schon wieder gold allerdings ist das scheinbar keine tiefe für eisen welche tiefe war noch mal für eisengut wisst ihr das ist doch eisen er hat verwechselt sich bei dem texture pack oft oder ist das doch wenn man den eisen vertauschen ja das eisen essen mit einem mit gold ja das eisen ist ein bisschen gelb lasser als gold eisen ohne ende so farmen essen brauchen wir noch so agel dann gehe ich mal wieder in unsere höhle falls das tatsächlich eine gemeinsame ist noch weil sie es nicht sicherheit also die tut mir wirklich leid aber so ein paar setzlinge muss ich entfernen warum ich nicht rauskommt ja dann dann wir ziehen einfach woanders hin bleiben wir erstmal links ich finde man kann sich in diesen gängen so leicht verlaufen unten ach was mehr kohle mehr kohle lapis lazuli juhu gib mir lapis lazuli den hatte ich auch zu genüge gefarmt gehabt ich hab den noch nie benutzt ja der ist ja auch nur zum färben der wolle mehr kann der ja auch nicht ja richtig noch nicht ja was soll der noch sonst noch können naja vielleicht irgendeinen trank bald who knows ja dann kann man sich also einen schlumpftranken dann kann man sich blau wie einen schlumpf färben das wäre ja cool oh das klingt nach spin spin spawner aber ich finde hier keine höhle das ist ja der wahnsinn da habe ich auch relativ lange nachgesucht bis ich mal eine gefunden habe aber die die ich hier habe das ist mal wieder riesig tragisch aber irgendwie ich brauche echt melonen von euch hat noch keiner melonsamen weil melonen scheiben sind zum meinen ja echt ersetzlich einen spawner habe ich gerade gefunden von slimes ja aber ist denn in der truhe drin achso ne da nix da keine truhe da ist wie da ist keine truhe da was für ein schwul achso das herr beim schleim spawner ist klar alter wie ich mich jetzt schon hier wieder verlaufe ich muss erstmal wieder zurück zum weg lol euer passwort ist nicht so einfach hallöchen hallo dennis ich wollte mich nur kurz melden ich weiß gar nicht mehr ehrlich gesagt was für ein passwort ich festgelegt habe das standardpasswort hier ist lol fahre auch jetzt die viewer also falls ihr den ts-channel knackt lol oh my god so gut dass das nicht das ts-passwort ist wenn irgendjemand irgendwie so ein schleim spawner oder sowas findet dann macht den mal für alle zugänglich das wäre ja auch awesome ich muss erstmal den weg wieder zurück finden ah ok bin ich denn rumgegangen ah hier bin ich rumgegangen das wäre sehr angenehm dann können wir dann die erst die pistons bauen ich weiß nur hier ist blöderweise kein slime also hier ist eine ganz ebene erdfläche und das ist doch mit sicherheit ein slime spawner da bin ich mir relativ schuld da ist denn auch ein slime der schon entgegen gekommen ne hast du sie denn ne hier sind keine slimes aber ich dachte diese diese ebenen mit erde wären slimespawner nein doppel 3 4 creeper auf einem fleck alter boah hab ich mich erschrocken da kommt der runtergefallen ich renn weg in ein anderes noch komm mir 3 Viecher entgegen genau Alter hab ich erstmal den bildschirm angespuckt Alter ohne scheiß das ist die perfekte höhe hier ey äh äh boah es ist aber gerade extrem still geworden in wie ferns denn? alles in samm farm ja auf jeden alt vor allem ist das ist man total angespannt wer heute hier alleine durch diese gänge geht weil immer von überall irgendein scheiß creeper kommen kann bist du denn jetzt in so einer höhle drin? ja ich bin in so in diesen komischen gängen drin ich bin mittlerweile in irgendeiner riesen höhle ausgekommen die ein riss ähnelt fast also ich meine ich buddel mir hier meine 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 meinen strategischen gänger ich meine ich sah nie auch ordentlich ab aber so eine geile Höhle hätte ich auch gerne wäre auch schon cool ach hier ist schon der ausgang ach Gott sei dank alter wie viel kohle boah hier ist irgendwas runter gefallen alter ich hörte es genau tschs 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 wo ist es? scheiß jetzt krieg ich ja voll die paras ah schon wieder alter ja ich habe ich gefunden hier spaß okay jonathan hat keine rüstung also jetzt ist schon wieder leck mich also wie viel kohle ist denn hier ich bin wahrscheinlich zum grüner stelle ist ein blauer spinnen gift spinnen gibt es gift spinnen die vergift nicht die grün blau die übelste scheiße die nerven halt die sind auch so mega klein und kommen durch jedes loch durch und sie kriegen dich wenn sie wollen und sie kriegen ich finde die sprach aktivierung bei hardy sagen ja definitiv die hälfte von ihm die hälfte das hatte wieder weg das hatte mir ich muss schon ein bisschen lauter sprechen ja das cool man hat die schule ist weg ja die ist weg auf und davon ich will nicht nur scheiß kohle finden ohne scheiß ich hab hier gerade eine ader gefunden die mal mindestens hat einer von euch einen hardy gehört ist er schon wieder da ich weiß nicht wo der ist ja ich lass mich von euch nicht verarschen ich hab echt keine ahnung aber der ploppt auch nicht mal auf bei ts der plan oh mein fucking gott oh peter ploppt noch auf